hallo und herzlich willkommen zu einer vorbesprechung von patch 1.0 für last epoch hier haben wir die patch notes und ja es ist wirklich gigantisch also ich dachte der schritt von 0.9.2 q glaube ich auf 1.0 wird nicht ganz so groß sein weil ja die zwei kampagnen akte ja nicht kommen noch nicht und das endgame auch noch nicht so kommt aber das endgame wurde auf jeden fall schwerer es hat glaube ich zwei prozent mehr leben die monster und einem prozent mehr schaden bin mir nicht ganz sicher und auch mehrere andere modifikatoren wurden schwerer dafür gibt es zum beispiel mehr drops und ja also zu einer die gelder von den schatzsuchern geben mehr drops und sonst kann man ja auch handeln da bin ich auch ein bisschen glücklich wenn ich ein paar items dann erhandeln könnte werde aber da nicht so fokussiert auf being genau und ja der patch erscheint für mich morgen für mich ist der 20. und am 21. um glaube ich 19.30 Uhr geht es los wenn ich das jetzt richtig umgewandelt habe in mitteleuropäische zeit dann geht es um 19.30 Uhr bei uns los kann mich aber da auch ehren am besten unten schreiben es steht nirgends wann es wirklich in mitteleuropa startet genau wir haben den falcon hier als erste ja klasse weiterführende klasse und da freue ich mich vor allem aufs netz weil das sehr interessant ist und ja eigentlich auf shadow dagger aber das wurde irgendwie genervt 20 prozent aber trotzdem ich werde es für den anfang spielen sieht man das gerade irgendwo das sind so viele sachen bug fixes nein ich muss das balancing haben sehe ich jetzt auch die schnelle nicht change nein das ist nicht gameplay also irgendwie ja es ist nicht sehr übersichtlich und ich habe auch das zeug das scrollt automatisch also wenn man wieder reingeht dass man irgendwo unten bei den kommentaren ist und nicht ganz oben wieder beginnt bin ich ein bisschen doof an diesem form aber ja also shadow dagger wurde bisschen genervt aber immer noch op ich machte somit level 10 10.000 schaden an bossen wird wahrscheinlich jetzt 8000 sein aber immer noch viel zu und zu schnee geprockt und beim warlock dann werde ich solo self hand im let's play machen ja auch sehr gute interessantes keys wo man auch als leash nehmen kann und ja das ist ja immer so ein bisschen also die letzten wahrscheinlich da wo fein will und hier beim falconio der werde ich ja im live stream sehr oft spielen sehr viel da haben wir dann wahrscheinlich dive bomb am schluss dann nicht mehr vielleicht auch ariel assault ja wenn wir dann sehen und ja diese item factions da haben wir aber einen link rüber wird natürlich je nachdem was ihr wollt besser aber ich würde wirklich die adventurer gilt wie heißt sie und da oben cycle of fortune also der raussage glaube ich ja nehmen da ich einfach nicht mag die sachen sozusagen ercheaten durch handel ja das ist meistens der ja der motivationsbruch schlechthin deshalb spinnen auch so wenige seasons lange weil sie einfach die items erhandeln und dann fertig spielen und das nächste spiel wieder anfangen und so weiter genau also wir haben hier noch genau die zwei gaden und hier haben wir zum beispiel die übersicht ja wie es aussieht was wir so für bonis haben dann haben wir die gathering storm vom shamanen vom primalist noch einen neuen skill tempest strike wird umgewandelt also der sturm da oben ist ah eisthorns wird zu setzen cool werden wir den sicher auch im live stream mal anspielen und ist einfach so ein blitz ja ein sturm ja gut und sturm bolzen das wird sehr sehr cool sein wenn die bolzen schnell genug sind sonst ist es ein bisschen langweilig genau healing hands also ein heilsauber vom sentinel hat jetzt ein skill tree und ähm ja gibt es zum beispiel auch 100 11 und dann 80 11 über zeit also jede sekunde wahrscheinlich drei sekunden lang oder so 80 11 ziemlich gut fürs party play dürft ihr auch gerne mitspielen mit mir im live stream müsst aber ein bisschen öfter da sein sonst komme ich dann also kommt ihr da nicht dazu und hier das ist das coolste das mag ich einfach am besten endlich mal ein bisschen mehr varianz zwar sind die die levels immer noch ziemlich unterschiedlich aber jetzt sieht man halt wirklich ständig komplett anderes Ambiente genau und auch lightnings oder blitze da zum beispiel ah ok da die schienen meinen sie ok lightning oder das licht reflektionen vom licht so ja und die schatten wurden dunkler genau so wird er jetzt zum beispiel minecraft ein schädter bekommen ist das einfach last epoch mit schädter ja hat es ja schon vorher gegeben genau und genau dieses endgame rebalance da bin ich ein bisschen skeptisch dass man einfach dann relativ schnell an einen punkt kommt wo man einfach längere zeit nicht weiter kommt das hätten sie anders machen sollen sie hätten es erweitern sollen oder sonst irgendwas aber auf jeden fall nicht gerade ja dass man irgendwie 200 corruption weniger spielen kann ich finde das wirklich dumm aber gut das ist meine meinung kann ja auch vielleicht interessanter dann sein auf jeden fall wegen der neuen unix und legendaries dann und ja so ähm die dungeons können früher gemacht werden vor allem t1 wegen 35% weniger schaden von dem monster und sie haben 25% weniger leben und dann gibt es einfach mehr erfahrten und das ist das wichtigste ich habe die dungeon zeich nie richtig gemacht 1 2 und 3 durchgespielt aber nicht wiederholt und das ist jetzt sehr wichtig gewesen ja und dann haben wir noch diese blessings also die wahrsagungen diese bonis wurden verstärkt ich glaube alles wurde ziemlich verstärkt das hat auch ein bisschen defensiver ist scheinbar und jo finde ich gut hilft uns natürlich schon weiter auch alle monolithen abzuschliessen und so sehr wichtig und ja ich habe es angesprochen vor allem im letzten part manchmal sind gar keine monster da oder manchmal sind einfach ganz dicke gegner zehn meter nebendran schon wieder der nächste das haltet uns auf und ja man muss recht lange laufen das haben sie jetzt erweitert jo okay um dragon of dragons hat es 4% weniger und hier auch 10 8% weniger hm die anderen haben mehr okay 5% finde ich ein bisschen doof das sitzt da ring of dragons weniger gegner ist da irgendwas besonders gewesen viele bogenschützen viele nahe kämpfe ich denke einfach die blöden monster sind ein bisschen runter gegangen ich kann mir nicht vorstellen dass so wenige monster dann dort sind ja das mit tödlich war ja nicht so stark deshalb ist es hoch verdoppelt sogar verdreifacht ähm ja gegen mehr experiments wurde verdreifacht ungefähr so für 35 fach ähm mod scaling ja das ist klar wie sind die mobs so stark und wann dann so stark und so wurde ein bisschen ausgeglichen ein bisschen balanciert und die modifier ja die sind alle ziemlich ja die kennt man halt als items oder aus ja sind jetzt gerade nicht so die modifikatoren die wirklich vorstellbar sind ja die kennt man einfach genau so neue echos monolith echos ja ok es gibt nicht mehr weniger mehr erfahrung und level 50 sondern es bleibt gleich damit vielleicht leute nicht zu früh in die monolithen reingehen ich gehe meistens mit level 45 bis 50 rein und habe deshalb nicht mehr so die bonus exp gut und ja rotate von den verschiedenen ähm aufladezauber genau und hier bei online ist es wichtig es wird wahrscheinlich nicht mehr so disconnects geben genau es wird nicht mehr so latenzschwierigkeiten geben wir manch ins käse und so ok und in den städten wird es hoffentlich ein bisschen weniger legen wenn ganz viele spieler erscheinen oder so oder wir erscheinen gut dann creation ähm sorry ähm remove massachist challenge mode man kann ein item abholen solange man das item trägt sind die gegner schwerer das muss ich mal austesten das machen wir im live stream dann mal ok die anderen sachen sind nicht so wichtig würde ich sie gerne vorstellen aber ich muss das video noch veröffentlichen können kann jetzt nicht allzu lange gehen elf minuten ok also der bodengolem der wurde ein bisschen verstärkt hier wurden auch assembler mission auch verstärkt oder nein verkenervt ok drain life war irgendwie so ein bisschen ein doofen skill ähm ja ok wurde ein bisschen verstärkt hier da geschwicht ja ich kann schon verstehen dass nicht die nods da immer genommen werden die halt stark sind dafür irgendwie death barrier halt mehr wort gibt so ähm ich tue jetzt nicht alle zauber zeigen aber die wichtigsten soul feast wurde verstärkt ist das nicht schon ein op zauber gewesen ich habe ihn nicht so oft angesetzt aber wahrscheinlich deshalb ist er doch nicht so stark gewesen denn skeleton mage hat da sacrifice verstärkt bekommen aber das heisst jetzt profane ablation gut ja und tut nekrotisch an machen genau zusammen skeletten wurden glaube ich die bogenschützen genervt dafür die roaks verstärkt die können aber nicht mehr penetrieren also durchschlagen die äh geschosse ähm das sind glaube ich auch die ähm ähm shuriken dafür jo from acid flask also die giftflaschen wurden verstärkt ok das war ja sehr op und das wurde ja wurde sogar genervt vom mannverbrauch wieso ist zusammenfoliert zombie nicht genervt worden ja jetzt ist ja der war 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 ähm ja der andere war war lord heißt der oder frau die klasse ah war lock genau der wurde ja eingefügt auch mit zombies und ja es wird wahrscheinlich zu obi sein am Anfang Dafür wurde Samson Freight genervt, hat aber ein neues Unique bekommen, wo es ein Haupt-Ride gibt und ihr könnt dann nebenbei noch, also der tut dann noch beschwören und du tust dann auch noch beschwören und das macht ganz viele Rides, wird sehr OP sein. Aber ich würde da eher auf Nahkampf-Rides gehen mit Blutschalen oder so. So, und beim Magier kann ich da nicht so viel sagen, ja, der Stahl wurde ein bisschen länger, Feuerball wurde schneller, schießt schneller, also dafür fliegt er nicht mehr so weit, ist also ein bisschen genervt worden, dafür die Brandwahrscheinlichkeit erhöht. Genau, Frostclaw wurde auch genervt. Es wurde aber auch versteckt. Wieso tun sie Skills, die jeder benutzt, buffen? Ich verstehe die Entwickler nicht. Also ich hätte bei Frostclaw eigentlich gewünscht, dass es genervt wird, aber scheinbar wurde es gebufft. Ja, und Meteor, wo auch immer sehr oft benutzt wird, ist auch natürlich gebufft worden. Ich verstehe die Entwickler nicht. Die wollen nicht balancieren. Sie machen genau das Gegenteil. Sie machen sie noch OP hier. Verstehe ich niemals. For very leaps. Okay. Mehr Tool-Sachen für Vines, für die Franken. Da wurde einfach alles ein bisschen umbenannt. Ja, fast nichts genervt. Okay, genau. Sprung hat weniger Delay, bis er springt. Maistrom wurde ein bisschen gebufft bei manchen Sachen, weil zum Beispiel Twister wenig benutzt wurde. Naja, die nur ausgeführt werden, wenn man null Stacks mehr hat, also keine Stacks mehr hat. Das war ein bisschen doof. Das macht einfach mehr Schaden. Wird aber immer noch nicht oft benutzt, denke ich mal. Der Bär. Okay, wurde genervt. Also das obere wurde genervt mit einem Cooldown. Aber die Dornen benutzt, glaube ich, nicht viele. Wurde also auch gebufft. Es wurden viele Sachen heftig gebufft. Also ja, okay, ein paar Sachen sind niedrig. Irgendwie wurde mehr gebufft und nichts genervt. Ich weiß nicht, was das mit dem Balancing besser machen soll. Eher schlechter. Es wurden einfach ein paar Nots, die nicht viel genutzt wurden, wurden gebufft. Aber ich sehe jetzt gerade nicht so viele wirkliche Buffs. Okay, Exit Flakes mit Posenpools und so wurde genervt. Schade. Ballista. Ballista. Ich würde schon gerne mal ein bisschen mit Ballista spielen, aber ich werde ja zuerst Shadow Dagger machen. Werden wir dann aber auch versuchen zu benutzen. Ja. So, Shadow Dagger. Snow has 68 Base Damage. Enter infiziert hat er weg den 54. Es wurde schon ziemlich genervt. Jetzt hier. Nicht nur 20% sind mehr. Aber, jo. Oh. Trotzdem ist es immer noch OP. So, hätten sie mehr nerven sollen. Aber vor allem Magier Skills, also vor allem Runenmeister Skills mal nerven. Nö, haben sie nicht gemacht. Nix. Also, und ja, was könnte ich noch vorstellen. Ich werde gerne mal Multistrike besser haben, aber haben sie noch nicht verstärkt. Immer noch nicht. Ja. Eher anzeigen. Und so Shield Row würde ich gerne auch mal wieder spielen, aber wurden jetzt mehrfach genervt. Und jetzt wieder gebofft. Warpuff hat was bekommen. Nichts viel. Genau, und wieso wurde Berserker genervt? Hm. Das ist ja nicht der Wildschwein, das ist eine Not von Primalist. Okay. Komisch. Okay, das will ich nicht so wissen. Das könnt ihr da selber nachschlagen. Ich will mich jetzt nicht unbedingt Unix ansehen. Ich habe nur mal den Helm angeschaut. Sonst habe ich kein einziges Unix angeschaut. Weil der Helm, ja, Beschwörung ist und ich spiele ja gar nicht gerne Beschwörung mehr. Ist ein Last Epo Kleider, relativ itemabhängig. Ich spiele es einfach nicht so mehr gerne. Weil zum Beispiel der Falke wird uns sterblich sein scheinbar. Da geht es nach. Aber so, ja, bereits. Die sterben einfach wie zu schnell da. Okay. Und dann wurden die Akte, die Monster noch ein bisschen verschoben, genervt, weggemacht. Und so Sachen. Und auch dazu gekommen sind natürlich Monster. Und Vishwil haben ja natürlich auch ein paar Sachen. Zum Beispiel hier, ja, sehr alte Mobs. Der Abomination-Boss wurde er bei. Aber jetzt gut. Timing Husk ist, glaube ich, dieser große Käfer. Husk ist ja eine Schale. Okay, die Krähe wurde schon wieder überarbeitet. Und der Bär ja eigentlich auch. Der hat irgendwie im Charakterbeetschirm, hat er irgendwie eine andere Rüstung auf dem Rücken. Okay, ist aber nicht dabei. Akulisation hat es nichts mit Deutsch. Wurde nicht mehr überarbeitet. Ist immer noch so schlimm. Okay. Also, nun wären wir eigentlich ziemlich fertig. Es sind, glaube ich, acht Zeiten gewesen. Okay, Sounds. Okay, Akulita Universe. Cool. Der Portal-Sound wurde neu gemacht. Und die Lautstärke vom Regen, das ist auch gut. Der war zu laut. Jo. Bugfixes, jo. Okay, ist nicht so viel. Ich möchte mal etwas, der 1G, der schlimm war. Zum Beispiel der Ansturm da. Wo haben wir ihn? Rogue, Sentinel. Forge, Strike war nicht verbuggt. Launch, Bug, Drive, Sheet, Bash. Okay, wurde nichts gemacht. Sheet, Rush. Auch nichts. Hm. Okay. Genau, und die Arenen, das sind einfach die Monsterstärke, sind schneller bei euch und so Sachen. Ja, macht es ein bisschen schwieriger in der Arenen zu kämpfen. Ja, und die Quest-Bugs, hoffentlich das auch mit dem Skelettanführer-Kommandanten in Imperial-Roylin, glaube ich. Das ist hoffentlich gefixt. Können wir ja dann nochmal austesten, wenn wir ein Minion-Bild machen. Ob der rausläuft und dadurch die Quest nicht abschließbar ist, bis ein Restart kommt. Und sonst, ja, halb. Gut, also, das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, sobald der Server online ist, morgen 19.30 Uhr ungefähr, leiste mich dann. Dankeschön fürs Zusehen. Ja, viel Spaß morgen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Das war's.